Die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV in der touristischen Servicekette von Dr. Markus Rebstock, Fachhochschule Erfurt In periferen Räumen ist der Tourismus oftmals ein bedeutender, wenn nicht sogar der wichtigste Wirtschaftszweig. Um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, muss sich der Fremdenverkehr auf die Bedürfnisse der in den kommenden Jahrzehnten stetig wachsenden Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen und der damit einhergehenden Steigerung des Anteils mobilitätseingeschränkter Menschen einstellen. Hierzu ist die barrierefreie Verkehrserschließung der Region unabdingbar. Während die barrierefreie Erschließung von Städten bzw. des Stadtumlandes stetig fortschreitet und in diesen Räumen immer mehr barrierefreie öffentliche Verkehrssysteme umgesetzt werden, gestaltet sich die Implementierung der Barrierefreiheit im ländlichen Raum bedeutend schwieriger, da eine relativ geringe Siedlungsdichte in Kombination mit einer dispersen Siedlungsstruktur die bekannten Probleme einer ÖPNV-Erschließung peripher gelegener Regionen erzeugt. Dementsprechend bilden barrierefreie ÖPNV-Systeme in ländlich strukturierten Räumen in Deutschland eher die Ausnahme als die Regel. In diesem Spannungsfeld zwischen notwendiger barrierefreier Umgestaltung des Verkehrs und eher geringem ÖPNV-Nachfragepotenzial müssen Lösungen gefunden werden, die einerseits finanzierbar sind, andererseits die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Verkehrsmittel für alle Gäste sicherstellen. Die Bedeutung barrierefreier Verkehrssysteme für den Tourismus für alle. Generell ist der Tourismus entlang der gesamten touristischen Servicekette barrierefrei umzugestalten, will eine Fremdenverkehrsregion am Tourismus für alle partizipieren. Die barrierefreie verkehrliche Anbindung der Destination ist hierbei zentral, da die barrierefreie Erreichbarkeit Voraussetzung für die Nutzung der anderen Elemente der touristischen Servicekette ist. So ist die Nutzbarkeit mindestens der Hälfte aller Servicekette-Elemente direkt von der barrierefreien Erreichbarkeit bzw. Mobilität abhängig. Neben einer barrierefreien An- und Abreise muss auch die barrierefreie Mobilität vor Ort unbedingt gewährleistet werden. Die Bereitstellung barrierefreier ÖPNV-Angebote ist hierbei nicht nur notwendig, um den öffentlichen Transport innerhalb der Fremdenverkehrsregion für alle zu ermöglichen, sondern auch um die Voraussetzungen zum Aufbau eines glaubhaften Images einer Tourismusdestination für alle zu schaffen. Da derzeit viele Städte ihr ÖPNV-Angebot barrierefrei umgestalten bzw. bereits barrierefrei umgestaltet haben und Barrierefreiheit im ÖPNV dadurch, zumindest in größeren Städten, immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden wird, ist ohne die Bereitstellung barrierefreier öffentlicher Nahverkehrsangebote die Wahrnehmung einer fremden Verkehrsregion als barrierefrei durch Feriengäste nicht zu erwarten und auch nur schwer bzw. gar nicht glaubhaft zu vermitteln. Daher ist auch aus Vermarktungsgründen ein barrierefreies ÖPNV-Angebot erforderlich. Handlungsoptionen für regionale Tourismusakteure zur Forderung geschlossener touristischer Serviceketten im ÖPNV Um den Tourismus für alle ganzheitlich entlang der touristischen Servicekette zu gewährleisten, ist es unverzichtbar, dass die Kommunen Strategien entwickeln, um das direkte touristische Angebot aus Hotellerie, Gastronomie und Freizeitwirtschaft mit der Planung des öffentlichen Raumes, der Verkehrsangebote vor Ort und in der Region sowie der Architektur des Einzelgebäudes zu verbinden. Dies ist eine Herausforderung für Kommunalpolitik und Verwaltung. Um als Tourismusakteur konkreten Einfluss auf die Gestaltung des ÖPNV in der Destination nehmen zu können, ist realistischerweise die Vernetzung aller relevanten Entscheidungsträger bzw. Befugten erforderlich. Aufgrund der Komplexität der touristischen Servicekette im Allgemeinen und des öffentlichen Verkehrs im Besonderen sowie der generell nur mittel- bis langfristig umsetzbaren Barrierefreiheit ist es speziell für den Tourismus für alle von besonderer Bedeutung, dass das Interesse für das Thema in der Region nicht abreißt und dass auch die kleineren Kommunen innerhalb einer Destination, die im Tourismus für alle aktiv sein möchte, mit der Zeit das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Daher sollte gemeinsam mit strategischen Partnern ein regionales Netzwerk für den Tourismus für alle institutionalisiert werden. Dabei sind auch die lokalen, regionalen und gegebenenfalls überregionalen Verkehrsanbieter einzubeziehen. Über das Netzwerk kann dann eine Verbindung zu den Verkehrsbetrieben hergestellt werden. Es empfiehlt sich zuerst ein ganzheitliches Zielkonzept für die barrierefreie äußere und innere Erschließung der Destination zu entwickeln und darauf ein entsprechendes Prioritäten- bzw. Zielnetz für einen barrierefreien ÖPNV in der Destination aufzubauen. Dabei sollte die Erreichbarkeit aller wichtigen touristischen Ziele anvisiert werden. Als Zwischenlösungen sind hierbei auch pragmatische Ansätze denkbar. Auf die äußere Erschließung der Region, zum Beispiel durch den Fernverkehr der Deutschen Bahn AG, kann allerdings nur begrenzt Einfluss genommen werden. Begleitend zum ÖPNV sollten auch kommunale Zugänglichkeitspläne im Sinne von Prioritätennetzen für barrierefreie innerörtliche Fußwege und insbesondere für barrierefreie Wander- und Freizeitwege erstellt werden. Sobald durchgängige barrierefreie Mobilitätsketten zur Verfügung stehen, sollten diese Angebote, zum Beispiel über Marketingkooperationen zwischen den örtlichen Tourismusorganisationen und den öffentlichen Verkehrsdienstleistern offensiv beworben werden. Ein Einfluss der Tourismusakteure auf die Instrumente des Behindertengleichstellungsgesetzes im Hinblick auf Nahverkehrspläne, ÖPNV-Investitionsförderungen, Eisenbahnprogramme ist allerdings nur indirekt über politische Entscheidungsträger oder anhörungsberechtigte Institutionen möglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017